Willkommen zurück auf Epic Lane Day. Heute mal mit Pistole. Das habe ich nicht eingestellt, aber der Schreihals hat es anscheinend eingestellt. Wenn ich irgendwo im ganzen Land zu finden bin, dann braucht mich der Schreihals. Und seitdem ich ja wieder da bin, sage ich mal, der Schreihals braucht mich auch. Denn wenn ich jetzt alleine hier display, ist das ja langweilig. Und niemand ist online, der Bloxy ist immer noch nicht da. Aber ich bin gerade auch in seinem Teamspeak-Chat, falls der mal kommen sollte. Wäre das ganz lustig. Ein paar Läuse von dem habe ich auch gestern getroffen, aber... Mit dem habe ich nicht jetzt playt. Oh! Da habe ich schon mal den ersten Kill. Ich habe ja auch eine ganz gute Pistole, aber... Ich möchte auch mal ein paar Musikvideos bei mir dann drehen. Oh, nein, nein, nein. Geschießt. Das ist kein guter Punkt. Nicht in meinem Schreihals. Hey, der bewegt sich für mich zu schnell. Komm, schreit, hilf mir. Hilfe! Verdammt. Warte, ich mache einen anderen Raum mit anderen, allen Waffen. Jetzt habe ich schon das Play an. Nahkampf. Egal, oh, Pistole und Nahkampf. Ich weiß ja noch nicht, wie ich das Video nennen werde. Aber wir brauchen auch ein gutes... Foto, ne? Schreihals, ja. Ne, mal ein gutes Bild. Gut. Hat ein gutes Bild gemacht. Hat ein Foto von dir geschossen. Das muss wohl das Titelbild dann auch sein. Das war das Titelbild für dies heutige Video. Oh, okay, irgendwelche Geheimgänge werden mit dem Wort gebaut. Oh, warte, ich stelle mich bei hier hin. Oh, wo kommt der denn her? Pedo. Der hat die Netgebaute. To Tala, lalalala. Er ist noch da. Königer wieder Pistole benutzen. 51 Schuss. Die Gründer hat auch alle im Dingens. Im Pick ein Win. Pick ein Winnie. Ey, wo kommt die eine Her. die dicken Kinder der Schreihals wo geht es hier lang dann will ich es tun nicht mehr oh hey das darf nicht wahr sein da ist auch einer YouTuber mit einer anderen Pistole ne ne wollen wir auch nicht ich hab mal kein Premium Account mehr wie ihr wisst aber hätte gerne noch einen und dies würde ich jetzt hier einfach die Granaten um mich schmeißen die TÜS im anderen Team einer ist da vorne drei TÜS ah hab ich nicht wehgetan ich hab gar nicht geweint ah kommt schon lass mich den noch killen oh ihr Pidus das darf nicht wahr sein 3 2 3 das jetzt mit Pistole spielen das auch nicht schlimm in der nächsten Folge tun das wahrscheinlich nicht aber ich hab auch glaube ich nur ein oder zwei Pistolen Matches gespielt und auch das darf nicht wahr sein Hilfe aber ne schicki Mickey Map muss man schon ihr lassen kommt schon den Krieg der Schreiz oder der Schreiz Scheiß hat den ich kriege es ist nur 3 3 3 3 es muss aber noch einen machen umbringen sonst sieht das doof aus hey liebe Leute hey liebe Leute ich sag ja es sieht doof aus aus dem Grund mag ich das Tode auch nicht so doll ich bin vielleicht nicht die beste eigentlich habe ich die beste aber vielleicht auch nicht voll die Spieler nicht gleich gestaltet 3 klicken alle gehen auf die Seite des Displayers die meisten zumindest das bin ich der Schuss da war ich will besser als der das war eine dumme Idee und vor allem wenn ich keine Moni mehr hatte aber steht der Gleichstand bei mir wir haben heute kein großes Gesprächsthema aber vielleicht beim nächsten Mal wir sind wieder alle am Start das kann sich nicht Kumpel 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 gleich gekillt gleich machen wir auch alle Waffen und das sage ich dir aber ich habe nicht bemerkt dass wir nicht alle Waffen eingestellt das darf nicht wahr sein das geht mit diesen Schwulen die Kinder nach ihr blöden die Saudi hier Kipi Dossier Kempi Doss ja die meisten Apps die Schildes Pläne okay momentan nicht aber bald sind die meisten werden sich das Pläne die kenne ich noch gar nicht muss man sich erst mal umsehen und sagen das hat ein Pidu gebaut Doppelkill das erlebt man nicht alle Tage so hier Elke Meckermann den Krieg doch von gestern sie Held 9 auch und du solltest doch nachladen alle anderen anderen Klaren oder jeder jeweils denn er sollte ich habe so kleine Leckse dann kann ich leben die hat jeder Mann Prozent wieder etwas folgt hier an die Banken den Kopf 949 immerhin will ich nicht mehr so schlecht wie letztes Mal ich versuche mich erst zu bessern ist hier bei Schutz geht das noch der Schutz zu zählen die Töte die Töte die Töte oder der Super der Super der Weisgall kann ich kommen ich mache kurz PCA an und wieder aus geht es gleich Heilung da oben ist ja einer und deswegen schießt sie auf den auch man aber nah dran dafür kriegt man vielleicht nur wieder mal ein paar ist es die gewinnt auch so schnell und die nun Urien wahrscheinlich für einen Tag das ist ein selten ohne seltene Sache die haben so viele Pick-Win gemacht man kann jetzt 6 statt 3 Sterne gewinnen aber das gibt schon länger zu nein ein Mann das bruchte ich wieder so was den Doppelkill ne diesmal werde ich schlecht ausgehen mit leeren Händen mit leeren Händen den Künstler wer versteckt sich da unten ich hab dich gesehen ja den habe ich auch gekriegt dann wäre es dann einen nächsten guten Gleichstand ich krieg noch irgendein Pio hier der Waffe nicht gezückt oh yeah noch aber in den letzten 80 und in den Händen kriegen wir nicht mehr was nein nein okay versteckt mich versteckt mich die Kampsche als das war's noch ein Foto falls das alles nicht okay noch nicht tschüss bis die Uhr in der Jurgeno hey User ist der da hallo ist da jemand hallo ja das war das Let's Play von heute das ist der wie heißt du nochmal der Zwerg ist das auch den kennen wir auch von so einem Video bis zum nächsten Mal und tschau